Okay, gut, du bist der Nächste. Und dann geht es hier weiter. Noch kommt die Lava nicht. Genau, drei nach oben sollten gehen. Und dann geht es hier weiter. Und runter. Ja, viel ist es nicht mehr. Ach ja, jetzt brauche ich ja erst wieder Stufen. Da haben wir zwei überlebt. Wir fangen mit dir an. Vielleicht doch mit dir. Ja, mit dir. Ja. So, die Stufe kann hier hin. Und dann geht es hier wieder weiter. Da kommst du. Und da haben wir noch einen. Sehr schön. So. Müsste von da oben schon gehen. Ja. Oha, das wird mir ein bisschen gefährlich gerade. Da waren jetzt vier oder fünf, die abwechselnd auf uns geschossen haben. Was war denn das für ein Geräusch? Ach, da ist gleichzeitig hier einer gestorben. Hä? Schießt einer auf mich? Nein. Na gut. Essen wir was und machen weiter. Ah, jetzt können wir uns eine Seite ausrufen. Okay, wir machen... Wir fangen erst mal hier an. Wir machen erst mal die Ränder von beiden Seiten möglichst. Und wir fangen hier an. Okay, hier sind wir an der Labe einfach vorbei. Sehr angenehm. Das heißt, sie geht hier zumindest entweder nicht in diese Richtung oder wird auch nicht breiter eventuell. Oh, interessant. Hier ist es also schon so. Ich höre einen ertrunkenen, Leute. Jetzt. Okay, weiter machen wir jetzt auf dieser Seite. Und auch hierfür bräuchte ich eigentlich erst mal wieder Stufen. Hat uns tatsächlich hier drin erwischt. Schon wieder. Ist der... Ist der... Wow, er ist halt wirklich runter. Er hat uns verarscht, Leute. Und wir haben sie dafür getötet. Da leben wieder zwei. Ach, der andere ist abgehauen. Der andere hat es tatsächlich geschafft abzuhauen. Okay. Na gut, wir machen jetzt erst mal, wie gesagt, hier weiter. Ah, jetzt sind wir auch da. Okay. Auch hier sind wir an der Laber vorbei. Wo ist das hin? Da. Ich mag das, Leute. Okay. So, jetzt haben wir nur noch die... Ach nein, ich muss die Stelle hier ja noch fertig machen. Und mir fehlt hier tatsächlich das hier. Okay. Ow. Ow. Super. Au. So, holen wir uns den da. So, jetzt ist die Frage, wo machen wir weiter? So, machen wir einfach hier weiter. Eigentlich könnten wir das gleich so machen. Zumindest so weit ist noch nichts. So. Wo ist der andere? Dort ist der. Okay, vielleicht ist das ja tatsächlich sogar das Ende gewesen. Man weiß es ja nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass er dort eigentlich angefangen hat. Wenn ich mich recht erinnere. Na ja. Wir werden sehen. Moment mal, das darf ich noch nicht machen. Davor muss ich ja das Obsidian wegpacken. Aber ich kann auf jeden Fall das hier schon mal wegpacken. Und auch das hier. Aber ich darf hier noch nicht die Stufen platzieren. Denn jetzt muss tatsächlich das Bedrock als nächstes weg. Fangen wir mit dem hier in dem... Nein, wir machen mit dem hier. Aha. Okay, also hier ist Lava. Hier auch. Okay. Dann bräuchte ich jetzt einen Eimer, damit ich dort Wasser platzieren kann. Oder die Lava wegmache. Wir holen uns einen Eimer. Dann geht auf jeden Fall... Nein, geht nicht. Ich habe nämlich keine Tintenfischbeutel mehr. Das ist der Blut. Muss ich später sammeln gehen. Okay, was wollte ich jetzt machen? Ach genau, Eimer. Einer sollte reichen. Okay. Gut, ich wollte eigentlich von einer anderen Stelle, aber egal. Die sieben war es, oder? Nein, die sechs. Okay. Ah, okay. Okay. Okay, dann haben wir das. Platzieren wir mal kurz die Fackeln wieder. Auch wenn sie wahrscheinlich gleich wieder weggeschwemmt werden. So, damit ich die nächsten machen kann, müsste ich darunter Blöcke machen. Platzieren. Also machen wir mal einfach den hier. Jetzt muss ich sowieso erstmal das hier wegmachen. Wie sie alle sterben. Auch die leuchtenden Fächer hier plötzlich überall. Also machen wir das hier wegmachen. 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 So, holen wir uns den hier schnell. So soll das sein. Okay, den hier haben wir, den könnten wir sofort machen, aber ich glaube, ich möchte vorher den hier noch schnell fertig machen. Da war ich jetzt besser. Okay. Ja, sehr schön. Dann können wir jetzt da oben die beiden wegmachen und dann kommen wir zu denen. Hier sind plötzlich lauter leuchtenden Fische, Leute. Ohne die Wächter hier in der Nähe, die hier jetzt dauernd in unserer Falle sterben, kommen auch lauter leuchtenden Fische plötzlich wieder hierher. Au. 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 Den hole ich mir jetzt. Der war gemein zu mir. Ich glaube, es war der hier. Super. Dann machen wir das schnell fertig. Ja, nein, da habe ich keine Lust drauf. So, dann als nächstes. Diese Seite. Und zwei Seiten. Da unten. Da unten. Er hat es wieder rausgeschafft, Leute. Glückwunsch. Tja. Da unten. Da unten. Tja. Da unten. Da unten. Da unten. Fische Leuch. Da unten. Da unten. Wunderbar Dann ist es jetzt nur noch das eine hier Die Axt hat keine einzige Haltbarkeit verloren Leute Bei diesen Blöcken gerade Dankeschön